Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um das KW V3-Fahrwerk und zwar das ist der zweite Teil. Handschuhe sind am Start, auf jeden Fall ist es ein bisschen kalt draußen und ich möchte euch einmal so ein bisschen meine Eindrücke mitteilen. Bleibt gespannt, denn das Fahrwerk ist nice. An erster Stelle möchte ich einfach mal hier in dem Video auf die Stärken des KW V3-Fahrwerks eingehen. Und zwar, was ich richtig, richtig gut fand, ist einfach wo und in welchen Situationen sich die Verbesserung eingestellt hat. Die deutlichste und spürbarste Verbesserung ist einfach, ganz einfach gesagt, wie geil, durchgängig, aufrecht der Kontakt zur Straße bleibt. Egal in welcher Situation. Das ist eigentlich so der Hauptframe für, was das KW V3 halt so ausmacht. Also, das bedeutet, in welchen Situationen punktet das KW V3 am meisten. Zum Beispiel Autobahnauffahrt oder Landstraßen, aber jetzt nehmen wir jetzt Autobahnauffahrt, sportlich aufgefahren, Richtung Limit. Dann hast du am besten noch ein paar Schlaglöcher drin und du fährst wirklich schon um die Kurve und bist auf letzter Rille unterwegs. Und dann hat die Straße Unebenheiten und irgendwelche Hubbel und irgendwelche Löcher und irgendwie total schlecht gemacht die Straße. Und du zwirbelst da eigentlich schon auf letzter Rille über die Autobahnauffahrt rüber. Und genau in diesem Moment schafft das Fahrwerk wirklich die Unebenheiten, also die Unebenheiten, also da, wo der meiste Stress auf das Fahrwerk ist, da ist es am besten. Also super, super geil. Du fährst in die Kurve, letzte Rille, ratatatata und denkst, ah scheiße und dann kommt ein Schlagloch und sonst was. Und das Fahrwerk funktioniert. Du behältst durchgängig den Kontakt mit der Straße. Und das ist, glaube ich, so das, wie man das am besten darstellen kann. Natürlich auch, ich fahre sehr viel Autobahn. Ich fahre auch gerne schnell auf der Autobahn. Alles jetzt, was ich euch erzähle, ist mit dem Standard-Setup, also Auslieferungs-Setup. Und du fährst auf der Autobahn, fährst 250 und du hast dann einfach eine Bodenwelle. Ihr kennt manchmal diesen Schlag, der ein bisschen so einfach so reinballert oder auch eine mehr, eine heftigere Bodenwelle ist. Ihr kennt das vielleicht von eurem M-Fahrwerk oder Serienfahrwerk, wenn ihr diesen Zustand habt, das einfach bei euch im Display dann die gelbe Lampe angeht. Das heißt, der Reifen hat den Kontakt zur Straße verloren, hat durchdrehendes Rad gehabt und das hat der DTC-Sensor erkannt und dachte so, oh, oh, oh. Und dann geht aber die Fahrt nochmal weiter. Das ist natürlich auch gerade bei 240 kmh oder bei Top-Speed-Fahrten natürlich dann nicht ganz so nice. Das vielleicht, wenn sowas gerade in einer leichten Kurve passiert, also mal so grob gesprochen, das KW-V-Hydralfahrwerk ist wirklich so in der Lage, diese Bodenwelle, die so harten, es gibt einen harten Schlag halt durchs Auto, aber der Kontakt zur Straße bleibt. Also die gelbe Lampe geht nicht an. Das ist halt so, da wo die Performance von dem Fahrwerk liegt, ziemlich geil. Einige haben die Gedanken gehabt, auch ich habe die Gedanken gepflegt, dass wenn ich auf der Autobahn fahre, dass mit einem härteren Fahrwerk die Alltagstauglichkeit und die Langstreckentauglichkeit verloren geht, aber auch das Auto zu schlecht, zu brettig, keine Ahnung, wie man es nennen soll, zu brettig auf der Straße liegt und dann das Autobahnfahrverhalten scheiße wird. Also das habe ich schon von den ein oder anderen Leuten gehört, dass die das haben oder Fahrwerksfedern zum Beispiel oder sowas, das macht manchmal sowas, dass das Autobahn bei höheren Geschwindigkeit unfahrbar wird. Und das war ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig war, weil ich wollte weiterhin meine schnellen Fahrten fahren können. Das Fahrwerk kann das. Also das Auto liegt wirklich ruhig auf der Straße. Schlaglöcher, die kommen, wie gesagt, kommt halt ein harter Schlag ins Auto rein, aber es ist nicht so, dass du die Kontrolle verlierst, sondern es ist einfach nur ein harter Schlag. Es ist einfach so, bumm, und dann, Auto läuft. Und egal, ob man eine Kurve bei, was war denn da mal, als ich letztens zu Wagener gefahren bin, 220, Kurve, leichte aber, Hubbel drin und das Auto wie auf Schienen. Super geil. Und das sind so die Momente, ich kenne halt diese Momente, wenn man auch das mit dem Serienfahrwerk hat, M-Fahrwerk oder sowas, dass da einfach das Auto anfängt zu tänzeln, weil der Moment, wie der Dämpfer ein- und ausfedert. Und dann kennt ihr vielleicht das Foto von meinem Auto auf dem Ring, wo man eigentlich in der Kurve ist und man sieht, das Auto verzieht sich so. Das ist mit dem KW-Fahrwerk gar nicht mehr so richtig, oder gar nicht mehr richtig vorhanden. Das ist super geil. Also gerade die Momente, wo viel Stress auf dem Fahrwerk drauf ist, ist da, wo die Performance halt höher liegt. Ich habe auch ein kleines Video gemacht, wo ich den mal irgendwie um ein, zwei Kurven schicke. Ich hoffe, das kann man hier irgendwie ganz gut erkennen. Ich weiß nicht, ob man die Erfahrung, die ich versuche, hier mitzuteilen, ob man die irgendwie in dem Video sehen kann oder nicht. Aber ich habe es gemacht. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, dass erstmal so viel dazu, wo noch ganz gute Komponenten sind. Das sind einmal Höhe- und Alltagstauglichkeit. Also ich habe mein Fahrwerk jetzt eingestellt auf der mindesten, maximalsten Minimalhöhe. Also so tief, wie es geht, ohne eine Einzelabnahme zu machen. Ist in meinem Fall jetzt, glaube ich, 3,25 Meter, Mitte, Radkaste, Oberkante. Vorne, hinten 3,25 Meter jeweils. Von der Tiefe finde ich es okay. Ich hätte es gerne wirklich noch so einen halben Zentimeter, vielleicht noch tiefer. Ich habe aber auch am Anfang ein bisschen rumprobiert, auch mal ein bisschen tiefer gebaut. Also ein bisschen tiefer geschraubt, bin mal eine Runde gefahren, so ein paar Tage und dann wieder hochgeschraubt. Und ich merke tatsächlich, dass die Einstellung auf 3,25 Meter vorne, hinten tatsächlich die beste Performance noch mit dem Fahrwerk gebracht hat. Also ich bin auch mal runtergegangen, wirklich, dass er voll eingetaucht war. Und da war es auch so, dass einfach ich gemerkt habe, dass das Federverhalten auf kleinen Schlaglöchern sich auch schon geändert hat. Also Kullideckel, kleine Unebenheiten, hat das Fahrwerk nicht mehr so viel Federweg gehabt, um sie halt so nice wegzubalancieren, sage ich jetzt mal, wie es in dem 3,25 Meter Zustand war. Das war auch für mich so ein Ding, er hat einfach mehr Komfort in diesem Bereich gehabt. Deswegen finde ich das in diesem Bereich Skala ziemlich gut, tatsächlich. Weil ich habe bis dato noch nichts an der Fahrwerkseinstellung selber geändert. Also das war deutlich zu spüren, als ich vorne deutlich tiefer war, also ich glaube 3,10 Meter oder so was. Ich war vorne wirklich tief, dass der Komfort, der Restkomfort und die Federagilität des Stoßdämpfers vorne nicht mehr so gut war, wie mit der aktuell eingetragenen Höhe. Also mit der 3,25 Meter Radmitte-Oberkanten Höhe. Deswegen finde ich das Set aber jetzt eigentlich echt ziemlich gut. Ja, was kann ich noch erzählen? Ich bin mit dem Fahrwerk nach Bayern runtergefahren zu Wagner. Ich habe vor Weihnachten noch eine Interviewreihe mit Wagner gemacht und da habe ich auch vor der Fahrt nochmal eine Woche das Fahrwerk nochmal weicher gestellt. Ich habe erstmal zwei Klicks gemacht, bin dann gefahren und habe dann nochmal einen dritten hinterhergelegt. Also ich bin jetzt insgesamt vorne hinten drei Klicks weicher als Auslieferungszustand. Dieses Setup finde ich ziemlich nice. Es ist tatsächlich so, in Hamburg gibt es viele schlechte Straßen und viele kleine Bodenwellen bzw. Bodenunebenheiten oder auch die Fahrbahnmarkierung. Also es war der Zustand, dass die Fahrbahnmarkierung oder die kleinen Unebenheiten als ziemlich harten Schlag ins Auto übertragen worden sind. Aber es war, ja, wie soll ich sagen, es war nicht so schlimm. Oh, jetzt fliegt die Taube. Es war nicht so schlimm, aber es ist einfach auf Dauer, dachte ich mal mit der Zeit, es war schon echt ein gutes Fahrgefühl. Aber dann für eine lange Autobahnfahrt fand ich das auch schon angenehmer, dann halt mit drei Klicks auf uns zu fahren. Weil auch Autobahnen zum Teil, boah, ab Frankfurt, Katastrophe, ey, was ist das für eine Autobahn? Wahnsinn, da ging gar nicht. Da war ich froh, dass ich mein Fahrwerk ein bisschen weiter weicher gestellt hatte, sonst wäre ich die ganze Zeit im Auto so rumgeflogen. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich überlege mal. Ach ja. Also der Zustand, drei Klicks offen, finde ich für den Alltag, für halbwegs schlechte Straßen und Autobahnen und Schnellfahren ist ein relativ guter Kompromiss. Es ist immer noch straff, es ist aber nicht so, dass man die Fahrbahnmarkierungen, wenn man drüber fährt, irgendwie doch mehr merkt, sondern die werden jetzt leichter weggebügelt. Was ist mir noch aufgefallen und zwar, wenn, klingt nach einem V8, was mir noch aufgefallen ist, wenn man an die Ampelrand fährt und bremst, dass das Auto ein bisschen mehr nachfedert. Das war vorher nicht so, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich dann, ja, das ist mir jedenfalls auch aufgefallen, stört mich nicht, ist halt so wie es ist. Gehen wir noch einmal auf die Höhe drauf ein. Ich habe ja 325 mm von der Radmitte zur Kotflügelunterkante. Und mit der Alltagstauglichkeit und der Höhe muss ich sagen, also, wenn man an Bordstein parkt, hier in Hamburg, Katastrophe. Also eigentlich parke ich jetzt immer so, ja, so 20, 30 cm, bevor der Bordstein anfängt, weil sonst ist die Stoßstange hier unten das dritte Mal ab. Ich habe mir die schon zweimal abgefahren, mit M-Fahrwerk hier in Hamburg, das geht auch, deswegen muss man hier schon aufpassen. Züglich Aufsetzen, ja, habe ich einmal unglücklich in Berlin, kurz vor Weihnachten, im Parkhaus aufgesetzt. Das war jetzt das einzige Mal, war aber auch ein ziemlich ekliger Winkel irgendwie, aber im Großen und Ganzen so hier in Hamburg. Und wenn ich mal irgendwie hier auffahrten und einfahrten hoch und runter fahre, macht es überhaupt keinen Unterschied. Also das passt alles bisher. In meine Eidelgarage würde ich aber nicht mehr reinkommen, aber die gibt es nicht mehr. Von daher passt das schon. Ja, was natürlich noch sehr entscheidend ist, man hat natürlich deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten, dadurch, dass man das KWV da hat. Also wenn man die ein, zwei Kurven kennt, die man kennt, die man auch mal ein bisschen flotter fährt oder Autobahnauffahrten, dann merkst du schon, oh, hier hat das normale Fahrwerk schon längst die Grätsche gemacht oder wäre ausgestiegen. Gerade in den Momenten, wo halt sehr viel Stress aufs Fahrwerk draufkommt. Also eingetaucht in der Kurve, am Limit eigentlich schon gerade, dass die Reife schon leicht anfängt, kurz vorm Quietschen zu sein. Und dann ein Schlagloch und eine Unebenheit und irgendwie zwei verschiedene Asphaltsorten auf einmal links, rechts und griffelt und all so ein Quatsch auf einmal. Da ist das KWV3-Fahrwerk einfach da und bringt einfach deutlich mehr Sicherheit in dieses ganze Gefühl rein. Und da liegt genau die Stärke von dem Fahrwerk im Vergleich zum M-Fahrwerk. Ein M-Fahrwerk wäre da ausgestiegen. Das hätte das nicht so ruhig bewirkstellen können, wie du einfach im KWV3 die Kurve ballerst und dadurch, sag ich mal, durchfliegst, aber weißt, jo, das Fahrwerk regelt das, danke Fahrwerk, das läuft schon irgendwie. Und das ist eigentlich ein ziemlich großer Benefit, den eigentlich das Fahrwerk mit sich bringt. Track Events möchte ich noch fahren, bin ich noch nicht gefahren. Ich bin derbe gespannt, wie es ist. Aber gerade aktuelle Zeit, ihr seht ja, wie viel hier gerade los ist und zwar nichts. Ich bin einer der wenigen, glaube ich, der auf Tour ist. Also werde ich sehen, ob es irgendwelche Track Events jetzt demnächst noch geben wird. Ich bin natürlich gespannt. Ja, ich habe mir auch noch neue Reifen bestellt und zwar die Michelin Pilot Supersport rundum 2,25er. Aus vor allemem Grund, ich finde aber das Fahrverhalten, wenn ich meine Winterreifen, die rundum 2,25er sind, agiler. Also auf der Hinterachse ist mehr Spiel drin, das Auto ist einfach nicer, um die Kurve zu werfen. Und die Pilot Supersport haben natürlich genug Grip, weil die echt gut kleben, um halt dann auch die Leistung auch auf die Straße zu bringen. Das war ein Kompromiss. Ich bin gespannt auf das neue Fahrverhalten. Noch sind meine, wo ist mein Finger, noch sind meine alten Dunlups drauf. Ja, ich hoffe, ich habe soweit alle Erfahrungen und alle Erklärungen für euch bringen können. Und ihr habt keine offenen Fragen. Wenn ihr offenen Fragen habt, bitte in die Kommentare schreiben, dann werde ich das auch noch beantworten. Ich habe aber noch eine Sache vor und zwar möchte ich mal das Fahrwerk komplett knüppeln. hart stellen oder komplett weich und das mit Druck und Zugstufe. Mein Coverraum ist immer noch nicht zusammengebaut. Ich habe das noch alles offen stehen, das habe ich noch mal vor. Jetzt über den Winter, wo es so kalt war, habe ich da noch keinen Bock drauf gehabt. Das wird aber noch mal erledigt und ich möchte euch eigentlich da mal live mitnehmen. Also knallhart drehen, Kamera anschmeißen, eine Runde drehen und dann meine Eindrücke mit euch teilen. Sagt mir mal, was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet und ob ihr sonst irgendwelche Fragen habt. Ansonsten wünsche ich euch gute Zeit, fahrt vorsichtig, bleibt gesund in dieser verrückten Zeit und fahrt vorsichtig. Bis bald. Peace. Nee, doch nicht. Aber es ist noch eine andere Sache. Ich nehme euch noch mal mit und zeige euch einmal die Höhe von dem Fahrzeug aktuell. Dann nehme ich euch noch mal live mit. Also los geht's. So, jetzt habe ich die Kamera einmal gedreht. Das ist ja auch noch mal ein Eindruck, wie das Ganze jetzt aussieht. Oh Gott, nee, jetzt zeige ich die Seite, da ist meine Felge so schlimm. Die ist auch nicht besser. Egal, ist wie es ist. Also, ich nehme mal ein bisschen Abstand. Das ist jetzt die aktuelle Höhe. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Also das ist jetzt vorne, hinten. Radmitte, Oberkante, 325 mm. Also man sieht, kriegt den auch ein bisschen. Warte, kriege ich das hier scharf. Also hier ist noch ein bisschen Platz. Aber es ist tatsächlich so. Ein bisschen könnte er noch runter. Ich habe gerade meine Handschuhe im Mund. Also ein bisschen könnte er noch runter. So bis hier wäre perfekt. Also mein Fingernagel oben. Also so ein Stück noch. Aber für den Moment erstmal ganz nice. Ja, so sieht es jetzt vorne aus. Das ist so die Höhe, die ich vorne habe. Ist ganz nice. Das ist hinten. Ich habe zum Glück keinen Hängerarsch. Das ist ja ein Problem bei BMW. Das kennt jeder ein oder andere. Das sieht für mich ganz vernünftig aus. Auch ist es bei mir so, dass ich hinten jetzt immer ein bisschen Beladung drin habe mit Kamerazeug und sowas. Aber das ist der aktuelle Zustand. Und ich muss sagen, das gefällt mir so ganz gut. Tiefer kann man immer machen. Aber so ist das eigentlich eine ganz gute Kombination für den Alltag hier in Hamburgo. Wo man immer wieder Schlaglöcher und Ebenheiten und alles hat. Und demzufolge ist das mein Setup. Ich zeige euch noch einmal meinen Kofferraum. Oh Gott, das wollt ihr nicht sehen. So, das ist einmal mein Kofferraum. Also immer noch keine Verkleidung drin. Ja, so sieht das Ganze hier einmal aus. Jetzt zeige ich euch das mal. Hier Navizeug. Und das sind hier die Verstelldinger, um die Druckstufe noch einzustellen. Ist das richtig, glaube ich? Äh, ja. Und die andere Geschichte stellt man dann von unten ein. So, ja, dann hoffe ich, dass ich für euch jetzt alles einfangen konnte. Und dass ihr so einen ganz guten Eindruck bekommen habt. Was ganz cool ist, man kann das Fahrwerk wirklich unterwegs einstellen. Das bedeutet, so vorne als auch hinten, wenn man eine Decke dabei hat. Das wollte ich euch nochmal mitteilen. Muss man einmal vorne, ich mach mal hier, dann sieht man einmal. Einmal Rad einschlagen. Dann kann man sich unten drunter bücken. Ein bisschen unter drunter legen. Wenn man eine Decke dabei hat, ist das natürlich so nice, dass man die Klamotten nicht schmutzig macht. Und dann kann man das einfach einstellen nach Lust und Laune. Und das geht hinten. Genauso, da musst du gar nichts machen. Dann legst du dich einfach hier drunter. Zack, steckst du da die Nase. Und... Dreh dich, du kackding. So, nochmal. Also, das kannst du dann einfach dich hinters oder unter das Auto legen und kannst das dann einmal die... Was ist denn das jetzt, man? Die eine Stufe der beiden einstellen. Ich hab's jetzt nicht im Kopf. Ich hab's da schon länger nicht mal drunter gelegen. Deswegen kannst du eine der beiden Stufen dann ändern. Und das Fahrwerk dann ein bisschen anpassen. Hammer. Dreiwetter taft. Hamburg. 8.30 Uhr. Wieder mal Regen. Perfekter Halt fürs Haar. Boah, Leute, ey. So, äh, ja. Das war's von meiner Seite. Kamera dreht durch. Uh, fuck. Ich sag, peace. Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Ciao.